Okay, jetzt sind wir bei der letzten Aufgabe und zwar dem Saufen, was ich sehr begrüße. Wir haben jetzt unser Wissen getestet, wir haben unsere Stärke getestet, jetzt ist das Saufen dran. Wenn ihr auf der Wiesensauf denkt daran, wie es enden könnte. Bei der Polizei oder im Krankenhaus. Genau, deswegen saufen wir auch nur mit Ananassaft. Also, wenn ihr mehr Spaß haben wollt, ein, zwei Bierchen sind okay, denkt einfach dran. Dann würde ich sagen, los geht's. Ich lege das Mikro zur Seite. Sagst du ein 3, 2, 1, go? 3, 2, 3, 2, 1, go. Fesse. Alter, Fesse. Sieht so behindert aus. Weißt du warum, wenn die Tore mit zwischen euren Beinen ist und es zählt? Nein, ich mach's gleich. Das klingt so eklig wie so Frösche. Du hast es nicht weg. Und ja, ich mach's gleich. Ja, ich mach's mal. Nein, ich mach's mal. Nein, ich mach's mal. Dann ist er von mir wieder rausgekommen. Ja! Ah, meine arme Nase! Ah! Oh! Du meinst, er ist eingesaut. Und er ist einfach mal im Kreis. Er ist der bessere Seufel von uns. Yay! Deswegen, weil er jetzt davor das gewonnen hat, und das jetzt, 2 zu 1 steht, weil Du hast Rüge auch. Ich hab's verkackt. Genau. Deswegen darf er mir die 2-Maskrüge von grad eben, äh, von der letzten Woche, Entschuldigung, übern Schädel hauen. Also, ich weiß mal, übern Kopf. Genau, das drehen wir draußen, und zwar ohne Mikro, weil das jetzt alles wieder rauszuschleppen ist mit zu viel. Okay, jetzt bin ich drum! So kalt ist das gar nicht. Okay. Ja, dann proben wir nochmal kaltes Wasser. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Man hört dich nicht. Doch, man hört mich. Ja. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Und, viel Spaß auf der Wiesn. Tschüss. 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 ...